Also vielen lieben Dank Tom und auch vielen lieben Dank für das Engagement für Netzneutralität. Ich glaube in diesem Raum schätzen das alle sehr. Jetzt fangen wir noch kurz an mit den Open Mix. Der Erwin Begin. Hallo, wer von euch kennt das Barcamp Graz? Hände in die Höhe. Gut, es kennen nicht alle das Barcamp Graz. Jetzt weiß jeder im Raum, was ein Barcamp ist. Okay, vom 22. bis 24. April, das ist von Freitag bis Sonntag in zwei Wochen, findet eben in Graz, wenn wir jetzt nicht sicher an welcher Uni dort, FH Jorneum, danke, das Barcamp Graz eben statt und der Koorganisator vom Politcamp dort hat mich gebeten, das kurz vorzustellen. Es gibt dort eben mehrere Camps, zum Beispiel das eben erwähnte Politcamp. Weiters gibt es dann noch ein Blogcamp, ein AppDevcamp, ein Designcamp und einige andere interessante Camps. Und beim Politcamp ist das Besondere, dass da die Staatssekretärin Sonja Stessl, die für die Digital Roadmap verantwortlich war, auch erscheinen wird am Freitag. Und dort zum Schluss wahrscheinlich eine Session einhalten wird, eben zum Thema Digital Roadmap. Es ist eine Anmeldung auf anmeldung.barcamp-graz.at erforderlich. Die Anmeldung ist gratis, genauso das Teilnehmen am Barcamp ist gratis. Und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, nämlich 300. Es ist jetzt circa die Hälfte verbraucht. Danke. Applaus